Das war doch easy, wovor die Lambertin so Angst gehabt. Ich habe geschafft. Was du nicht sagst. Mann, sieht toll aus. Sogar dir ist es aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckatante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Es ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Geht klar, Chef. Wo ist denn der Alter? Wasser, dann Erde, dann Luft. Ja, weil es ist jetzt auch nicht mehr direkt. Oh, jetzt möchte ich mir diese Animation echt viel mal angucken. Ja, ich... Ja. Okay, und... Okay. Alles klar. Mach den Ding. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ja, Axi ist nützlich. Und gefährlich. Warum sagst du sowas? Es verleitet einem zum Missbrauch. Erzwinge einen niedrigeren Preis. Lass einen arroganten, adeligen Brackwasser trinken. Bring jemandem Respekt bei. Dem kann man schwer widerstehen. Das stimmt. Aber das Leben ist zu kurz. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Baster? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kermorhen gebracht hat. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Wie ist ein Hexer geworden? Das war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Erzähl es mir. Wird doch einfach nicht nichts. Das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin. Jetzt weißt du es. So kam er jetzt zu Wesimir. Na schön. Genug gejammert. Verschwinden wir von dir. Weil Wesimir jemandem geholfen hat. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Wieso haben wir Fäuste und Zauber? Das ging doch auch. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge. Du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt. Gehen wir. Gut, dass wir uns so einig geworden sind. Gut. Gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Immer muss die ganze Reise jetzt nicht selbst antreten. Dankeschön. Oh boy. Okay. Gut, dass es dann doch noch so ausging. Über einen Gabenschwanz anlögt. Hä? Warum müssen jetzt die Quest hier markiert? Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Äh, das ist schön für ihn. Muss ich denen jetzt wirklich nachgehen. So direkt wie es ist. Na gut. Machen wir eben das. Oh. Hä? Warum geht man mir jetzt schon ein Schwert kaputt? Ich hatte es doch erst noch nicht als lang vorher gecraftet. Das ist eine Scheiße. Warte mal. Kann ich das nicht aktivieren? Jetzt hier das anquatsche. Okay. Wir müssen ihn sowieso als Steps finden. So viel dazu. Das ist ein kleines Gebäude, was ich vorhin auf der Karte gesehen habe. Na, ist hier vielleicht ein kleines Hexadepot? Nee, nur ein bisschen Alkohol. Schade drum. Ich finde es erstaunlich, dass dieser Eskel mit seinem Pferd so flüssig durchgekommen ist. Wenn ich mit meinem Pferd so durchreiten würde, wäre das... Das ist sein Pferd. Hat das Robbe. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Fußspuren. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase mal... Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege... Muss nur eine Geruchsprobe finden. Ernsthaft? Für eine Ziege eine Geruchsprobe? Okay. Moment. Ich habe doch gerade die Ziege gefunden, oder? Hä? So, das Pferd... Kann ich benutzen. Nett. Hilft mir aber nicht. Ähm. Das hier vielleicht. Eskel zu Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Was man halt so macht. Auf der Jagd. Ja, die Ziege war hier. Tonung auf wahr. Gibt es doch irgendwelche Spuren, die ich untersuchen könnte. Guck mal da drüben. Wackert was. Vielleicht, wenn ich da rüberkomme. Ah. Guck mal, hier geht es weiter. Mecker. Sie hat sich nicht selbst hier angepflockt. Warum nicht? Warum sollte man überhaupt die Ziege so weit draußen noch kommen. Gabelschwanzköder. Und offenbar auch ein Hexerköder. Was ist das denn für einer? Okay, nett. Das wird eine kurze Jagd, dann ist gut. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Flock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Wreckt. Schön, dich endlich wiederzusehen. Dich auch. Wie geht's? Wie immer, wie immer. Noch ein Tag, noch ein ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexer, Wolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Ich versuche nur mit Zauberinnen zu schlafen. Ab jetzt versuche ich mich auf Zauberinnen zu beschränken. Zweifellos der angenehmste Teil. Aber vielleicht auch der gefährlichste. Hörst du? Er kommt. Wie war das zu überhören? Wie fällt ihm das, als er das auf? Äh, wenn... Ne, es will er kämpfen. Ups. Okay, machen wir es kurz. Das ist doch nicht ganze Quest, um nur gegen den Penner zu kämpfen, oder? Dann, er hebt ab. Auf die Flügel. Scheiße. Komm doch runter. Ach so, kann ich natürlich nicht treffen. Es war zu erwartet, dass der irgendwie wegkommt. Okay. Blut ist stark. Aus einer Arterie. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holte sich. Ha! Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Kettveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein. Ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon. Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. Also hat nicht Wesen mehr, sondern er hier, Lombards, gefunden. Nein. Ist wohl in sein Verstück geflohen. Gut. Ich sollte mich ein wenig umsehen, sondern muss kämpfen. Gut, ist hier drin noch irgendwo eine Schatzkiste, die ich unbedingt mitnehmen muss. Verflucht. Okay. Aber was ist denn hier drin bitte alles? Ja, Wolf. Mal. Sehr witzig. Ja, ist gut jetzt. Ich will nur mal Spaß haben, was ich hier kaputt mache. Hat ja nicht so viel gebracht. Hm, jetzt muss ich auch noch diesen blöden Schatz suchen. Für den Fall, dass der wichtig ist. Oh, man. Wie konnte man die Höhle bisher nicht gelootet haben? Oh, geht's weiter, ja. Let's go. Komm, ey, zu runter mit ihm. Nein, noch nicht. Oder eben doch. Easy. Na schön, her mit der Rücken-Max-Flüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Yen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, ähm, stört dich nicht? Vielleicht ein bisschen. Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Hast du was gegen Yen? Stört dich was an Yen? Na los, hab Mum und sag's mir gerade heraus. Hab du Mum und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Die Gestik. Herrlich. Okay, aber wo ist der Schatz? Kannst du bitte nicht draufstehen, Lambert? Lambert vor allem. Oh, Wolfshandschuhe. Das Wolfschirm wollte ich später noch bauen. Bietet sich also ganz gut an, denke ich. Okay, aber erst mal raus hier. Warum ist jetzt noch Teil der Quest zurückzukehren? Was soll da jetzt noch passieren? Oder eigentlich sind wir doch hier schon fertig. Oh, Hellplätze. Warum steigt der jetzt ab? Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Aber klar doch. Eine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Herr Mohan zuerst erreicht hat, gewonnen. Wie die von der Medizinlinie? Okay, klatscht ich von selbst. Let's gooo. Muss auch noch selber lenken. Okay. Der scheint tatsächlich mal ein bisschen schneller zu sein. Damn, son. Okay, ist immerhin eine gute Möglichkeit zurückzureisen. Die Wege sind sogar tatsächlich ziemlich sozial im Gegensystem, was ich sonst so gesehen habe. In Wehen zum Beispiel. Das Rennen ist mit ein bisschen Flücher schon bald vorbei. Und wenn der Pferde aus Dauer hält auch nicht als lange. Naja. Komm, du hast mal ran da hinten. Wir sind fast da. Plötzlich schaffst du das. Ah, das letzte Achtel. Nein, 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 nein. Oh Gott. So ist es gut. Geschafft. Gib mir ein Schwert. Komm schon, von dir nehme ich nichts. Gib mir mal ein Haus, das reicht. Abgemacht. Okay. Ich habe da erst recht irgendwas verpasst, aber scheiß drauf. Okay, jetzt müssen wir nur noch gerne fahren mit dem Megascope helfen und dann... Jetzt sehen wir, was passiert. So, nochmal kurz speichern hier. Oh, Level Up. Nice, 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 nice. Ähm... Dumm, 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 dumm. Nett. Joa, paar Punkte noch investieren. 600 dp für die Quest gerade. Nicht schlecht. Oh, meister Waffensets. Äh, Reparatursets meine ich. Aber trotzdem. Gut genug, auf jeden Fall. Ich frage mich, wie nah wir jetzt schon am Endhorn in den Spielen sind. Weil sobald wir Ciri wieder haben wird, dass vielleicht auch schon bald der Kampf gegen die wilde Jagd stattfinden. Dann wird's richtig spannend. Oh, du mal, der ist irgendwo... Was ist denn toll, betreibt er denn hier? Hm, beeindruckendes Exemplar. Hm, ein Monat Spuren lesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistfeed rangekriegt. Ein Monat. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Hm. Der WTF-Blick. Alter, wie geil. Öffne seinen Bauch. Er isst einfach nebenbei. Was? Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung. Aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Grüppelschnalle, ein paar Kopper. Und ein Goldring. Was man halt so findet. Willst du den Jenne vergeben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbstschuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare. Vortretender Frontallappen. Aber das ist normal. Lange Ohren. Und ein Ohrring. Hm. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut. Weiter. Nette Klauen. Knapp zwei Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel. Und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Okay, das war's schon. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Hm. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Pferde bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskel. Nett. Ich hatte fast gedacht, dass ich hier den Gwyn spielen könnte oder so. Das wäre lustig gewesen. Na, was soll es jedenfalls erwartet? Mal gucken, ob wir das Apartment aus dem Intro noch mal sehen können. Oder ob es vielleicht so genau das ist. Aber es muss doch sowieso jetzt alles haben, um für jedenfalls das Megascope zu reparieren. Ich denke zumindest. Was ist das denn hier für ein kleiner Aufweg? Ein netter Turm, aber trotzdem. Was? Zum Teufel! Oje. Alter! Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, tut mir leid, aber ich bin nicht zu scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Hm, warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Nein, uns genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären, zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Ja, nach den Sachen, die ich aus Gelligemd erlebt habe, kann das nur gut gehen. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mehr Liebe als ein Bett voll roter Haare. Ah, es geht also doch um Triss. Ja, es geht um unsere liebe Triss. Gerald, ich wirke ungern wie eine rachsüchtige Giftnudel. Aber in diesem Bett hast du zufällig eine gute Freundin von mir gefickt. Wenn man es so ausdrückt. Du hattest das Gedächtnis verloren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass ich aufhöre, dir Vorwürfe zu machen und du dafür das beknackte Bett nicht mehr erwähnst. Einverstanden? Einverstanden. Wunderbar. Beschäftigen wir uns mit Wichtigeren. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium... Wir haben beides erledigt. Ich warte noch auf beide. Schon erledigt. Tatsächlich? Welch ein Satz. Dann bleibt nur noch eine Kleinigkeit. Nein! Ich dachte wir jetzt... Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megascope. Recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Na klar. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Er hat weggesteckt. Wie immer. Protest... Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und? Worauf wartest du? Ich bin schon fort. Äh, eins noch. Was denn noch? Mhm. Danke, Geralt. Man macht's ja gerne. Äh, neuer Kressgegenstand, sehr schön. Ist er schon ausgerüstet? Ist er. Oh Gott. Ich muss noch fast niesen hier. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Jesus Christ. Alter. Aber gut. Das ist doch ein guter Stichwort, um die Folge zu beenden. Beim nächsten Mal werden wir Ihnen verhelfen, das Brinkerscope zu reparieren. Und mal gucken, ob wir den Fluch dann brechen können. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.